Die sind auf dem Eis. Die haben alle Spaß. Und bitte! Gut. Besser als gedacht. Ihr seht gut aus zusammen. Ihr alle. Danke, dass du dich um sie gekümmert hast. Das hat dich nicht erwartet. Das ist doch selbstverständlich. Ich bin auch in letzter Zeit viel nachdenklicher geworden. Grace ist toll. Hast du sie gefüllt? Was? Spinnst du? Ich würde es verstehen. Ihr habt gedacht, ich wäre tot. Hör auf. Tommy, ich könnte es dir verzeihen. Was geht in deinem Kopf vor? Was denkst du eigentlich? Ihr seht aus wie zwei verliebte Teenager. Willst du mir das sagen? Ja, total. Du kannst es mir sagen. Du musst es mir sagen. Verstehst du? Hey, verarsch mich nicht. Verstehst du nicht. Egal. Untertitelung des ZDF, 2020